heute was geht ab heute schon relativ spät und hat nach hause gekommen war den ganzen tag unterwegs und was ich da wenn ich nach hause komme ein video vom kollegen schilling oder video vom kollegen julian beide über mutter irgendwie habe ich die notiz die benachrichtigung verloren vergessen nicht bekommen dass wir heute alle ein video über mutter machen sollen und vorbereitung konnte ist das ich habe ja beide videos angeschaut recht interessant sollte die auch machen und da ist mir aufgefallen ich habe keine guten konter gegen youtube also was erst mal gut gegen youtube ist psycho und nicht käfer und geist so schauen wir uns mal die pokémon haben wir als erstes geist da gibt es ungelogen zwei haben wir die gänger familie also eigentlich nur länger weil mit dem vollen mit dem kämpfer nicht und dann haben wir trauen vogel und mit der kampf und auch nicht sprich gänger wir sehen könnt ich habe den hier aus dem welt oder war das ein aus dem welt wo ich weiß es gar nicht und aber der aus dem welt naja egal auf jeden fall einer aus dem welt den anderen habe ich so entwickelt und beide sind nicht wirklich top wie über 80 aber weit unter 96 weil sonst hätten die mir punkte gebracht in der in dem battle und jetzt vor kurzem habe ich einen 98 gefangen level 30 der ist schon nicht so schlecht entwickeln wir den mann also entwickeln können wir den auf jeden fall aber wie ihr sehen könnt geist gibt sich viele optionen und ich selber habe nicht mal ein gutes gänger dementsprechend ich weiß gar nicht ob ihr ein gutes gänger hat zumindest ich nicht dann schreibt auch in den kommentaren falls ihr ein gutes gänger hat julian hat ein richtig saftiges 100 prozent mit legacy muss hat also der ist echt kass ich leider erst mal gar keins vielleicht wird der gut aber pushen werde ich auf jeden fall erstmal gar nichts also da warte ich echt erstmal bis youtube echt da ist war die theoretischen konter die auf den ganzen listen stehen und vorgeschlagen werden sind nicht so top und das ist sucker punch focus blast nicht so top auf jeden fall nicht und ich habe auch nicht so viele tms die julian wo ich jetzt die ganze zeit um ändern kann darauf kommen wir gleich noch also focus blast muss auf jeden fall weg dass eine kampfattacke aber das wäre theoretisch mein stärkstes länger partie ms noch und pushen auch noch natürlich um uns dafür nicht wirklich vorhanden also wir sehen können bereits das erste problem kein gutes geist pokémon dann käfer käfer wie ihr sehen könnt eine menge müll blutzug netto aliados median ich weiß gar den deutschen namen nicht dafür bieber jama okay ich wusste nicht dass tanze auch käfer ist okay interessant portrott auch wusste ich auch nicht also die zwei wohl bekanntesten und die wurden auch von den anderen vorgeschlagen ist klar bin sehr mein bester freund 100 prozent auf max gepusht und scherbox julian hat auch einen entwickelt 100 prozent sich lohnt zu scherbox und den sogar auf max gepusht ich hätte theoretisch auch ein lassen wir den erst mal noch weil ich habe bereits das bin sie also ein hundert prozent käfer reichen erst mal nicht 100 prozent ein max käfer pokémon erst mal und bevor ihr alle eure scherbox oder pin sie magst muss ich sagen ich habe den ja max um einen simsala solarate zu machen und der war absolut keine hilfe und ich denke mir halt wenn er nicht mal einen simsala schafft oder nicht mal effektiv gegen einen simsala ist was will er dann gegen einen mutter anrichten dementsprechend meine warnung passt auch mit den käfern also der hat echt nicht viel eingesteckt also ich rede jetzt von pinsel scherbox habe ich noch nicht ausprobiert also schreibt unten in den kommentaren wie scherbox so ist aber pinsel schaden hat er echt kaum gemacht obwohl käfer eigentlich sehr effektiv ist gegen psycho gegen das simsala und einstecken konnte auch fast gar nichts der war auch fast direkt weg also da ist mein tipp meine warnung bevor ihr jetzt eure ganzen bonbons und staub und alles ausgebt und tms für die käfer konnte pokémon gegen youtube wartet erst mal ab und nummer drei ist und nicht gut dass ich nicht weiß dass und nicht auf englisch aus sicher nicht da oder doch okay da krass so da haben wir wir sehen könnt fünf oder ein zwei drei vier fünf hundert prozent kam uns auf max der wird wahrscheinlich nicht so der hit gegen youtube und nebel wahrscheinlich auch nicht nach tage nach tage wie psiana kann gut austeilen aber auch wenig einstecken und der war jetzt auch auf keiner liste zu finden also ich kenne mich gar nicht mit den statistiken aus ich weiß gar nicht wie viel artikel und der mit der machen kann aber der scheint anscheinend nicht so top zu sein aber wer immer auf der liste ist ist der hier hundemann noch nie getestet und da habe ich ein hunderter erwartet schon sehr lange darauf dass ich den entwickeln ich habe julian das video gesehen der musste richtig leiden bei den teams schauen wir mal ob ich mehr glück habe also erst mal keine themen zu wenden weil also zumindest nicht für den und für die käfer und so weil ich bin echt noch nicht überzeugt von dem auch wenn da echt überall vorgeschlagen wird das ist also war das schon mal nicht das richtige knirscher sogar auch nicht der kann noch eine bessere attacke aber wie gesagt den werde ich noch nicht pushen und auch noch keine teams geben weil von dem bin ich echt überhaupt nicht überzeugt genau dasselbe wie sherwood oder bin sie von wem ich natürlich überzeugt bin was sonst problem ist der hier hat stone edge steinkante und der hat auch steinkante sprich ich habe nur einen und der ist auch nicht so top der ich weiß gar nicht wie viel wieder ein paar des potter rates könnte noch gebrauchen problem ist die theorie ist ja dass youtube direkt kommt wenn die vögel wechseln das heißt man hat gar keine zeit um noch ein paar des potter rates zu machen und dementsprechend habe ich auch hier nicht wirklich ein konter außerdem hier und anders als julian zum beispiel der 60 ters oder sogar jetzt nicht mehr nachdem er so viel pech hat aber ich habe echt nicht den luxus und ich denke mal die meisten von euch auch nicht dass ich jetzt die wenigen desto dass ich habe dass ich bei dem die attack zum beispiel auf knirscher ändere und dann wenn du weg ist dann wieder zurück oder so also so viele themen habe ich nicht kann ich mir nicht leisten diese strategie sprich bisher eigentlich nur ein pokémon dass ich ab gegen youtube also ich bin überhaupt nicht vorbereitet aber man kann jetzt auch nach attacken suchen ok das kann man erst mit dem neuen update und das habe ich noch nicht weil es da ein paar probleme gab auf jeden fall das zweitbeste pokémon das eigentlich jeder haben müsste mit bis und knischer ist der hier ihr könnt ihr sehen ich habe elf gagados wegen dem alten agenda system gehen wir kurz mal durch bis hydropumpen eigentlich ein gutes muss hat aber wir brauchen bis knischer drängt der outrage eigentlich auch ein gutes muss hat hier der hat bis knischer der nicht der bis hydropumpen bis twister bis hydropumpen bis twister bis twister der ist in einem tag und dann nur 2002 nach sie was das für eine so habe ich sowas ach so die motivation ist da also da denke ich auf jeden fall haben noch paar gar das mit bis knischer und wenn nicht kann man sich auf jeden fall machen und er kann zwar um nicht attacken aber da kann man eigentlich einfach das butter benutzen aber das wird deshalb selten den hat nicht jeder und jeder nicht jeder so viele selbst ich habe da nicht so viele und ich denke mal dass gar das momentan echten billiger und häufiger ersatz für die ganzen des potas und ich denke ein bis knirscher garados ist besser als ein pinsel scherrocks hundemann vielleicht nicht weil der ist und nicht und der gibt es aber ich denke mal auf jeden fall das besser als pinsel scherrocks und womöglich auch gänger weil gänger kann echt gar nichts anstecken und gänger meiner meinung noch echt selten und schwierig zu bekommen und wie gesagt das potat echt nicht jeder freundlich in der masse deswegen mein geheimtipp garados müsste eigentlich echt jeder drei vier fünf haben mindestens so das was wir sehen können ich bin überhaupt nicht bereit für youtube und das wird sich in nächster zeit auch nicht so schnell ändern echt schwierige sachen gegen youtube die konnte pokémon gänger echt schwer meiner mannach gut zu bekommen und genug bonbons und die richtigen attacken die käfer pinsel und scherrocks davon bin ich nicht überzeugt da solltet ihr echt aufpassen bevor ihr da eure ganzen ressourcen verbraucht hundemann muss man echt testen da weiß ich nicht 50 50 dass der gut ist dass er schlecht ist da habe ich echt keine ahnung wenn irgendjemand das weiß schreibt es unten in die kommentare wie gut ist eure meinung erfahrung mit dem ansonsten top natürlich das wird das wird er echt zu krass zu kann da musst du auf jeden fall noch ein paar das wird er auch gegen simsala will ich ja noch alleine schaffen da wo ich immer noch sechs max das futter aber die billige variante für jeden sollte eigentlich jeder haben gaga dos bis knirsche denke ich ist erstmal die sicher gewalt für alle die nichts besseres haben so wie ich aber macht euch keine sorgen schauen wir erstmal warten jetzt mal ab bis müde kommt und dann können wir mal sehen wie stark der ist weil im grunde genommen macht es echt nur einen unterschied also es spielt die spielen die attacken nur eine rolle wenn man halt versucht mit so wenig leuten wie möglich die red poste zu besiegen so wie aktors aber das ist auch das und so bisher lucia denke mal nur da spielt das eine rolle dass jeder von der pokémon die perfekten attacken kann ansonsten ist man in einer gruppe wo das eigentlich kaum eine rolle spielen sollte da könnt ihr auch mit dem normalen pokémon angreifen also mein tipp macht euch nicht zu viele sorgen seid nicht zu feuerlich verschwendet nicht eure ressourcen für so optimale konnte also wenn wenn dann überhaupt nur in das putter die anderen muss echt nicht sein da würde ich echt raten erstmal abwarten auch wenn die anderen jetzt gesagt haben macht euch scherz und pinsel gengas hundemann meine meinung wartet selbst mal alles war's das war meine meinung mein tipp ich habe um den kontakt ob ihr bereit seid für youtube habt ihr gute konta oder seid ihr so wie ich und hab gar nichts und wir mal liken subscribe kommentieren check die anderen wie es ab folgt auf instagram facebook und twitter vergesst nicht pokémon ist jetzt business